Wir begrüßen Sie zu unserem neuen Bewertungsvideo. Heute werden wir das gepanzerte Fahrzeug Mission Master SP von Rheinmetall untersuchen. Bevor wir mit dem Video beginnen, können Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos liken, um mich zu unterstützen, wenn Ihnen solche Inhalte gefallen. Los geht's! In den letzten Jahren hat die kanadische Niederlassung von Rheinmetall Defense ein vielversprechendes Mehrzweckroboter-System namens Mission Master SP entwickelt. Potenzielle Bediener zeigen Interesse an solchen Geräten, beobachten ihre Tests und führen die Steuerung selbst durch. Die britischen Streitkräfte haben großes Interesse am Rheinmetall Mission Master SP Projekt gezeigt. Derzeit führen sie ein Forschungsprogramm für ein Robotik Platon Vehicle, Robotik Mufritze Fahrzeug, durch, das den Einsatz von RTK, Realtime Kinematitsch, in der Infanterie untersucht. Lassen Sie uns einen genauen Blick auf die Fähigkeiten dieses robotischen Fahrzeugs werfen. Dieses gepanzerte Fahrzeug kann Aufgaben wie Aufklärung, Überwachung und Beobachtung durchführen. Es kann auch logistische Unterstützung, Frachttransport und Kommunikation übernehmen. Zu den Merkmalen des Mission Master SP gehören Autonomie, autonome Bewegungsfähigkeit, Überwindung von Hindernissen, Fernsteuerbarkeit und Integration von Sensoren. Dieses robotische Fahrzeug ist mit verschiedenen Sensoren und Kameras ausgestattet und bietet den Bedienern Echtzeitbilder für eine effektive Aufgabenverwaltung. Es verfügt auch über die Fähigkeit zur Integration mit Boden- und luftgestützten Plattformen. Der Mission Master SP wurde zwar für den Einsatz in militärischen Operationen entwickelt, kann aber auch für Aufgaben im Bereich der zivilen Sicherheit, Notfallintervention und ähnliche Anwendungen verwendet werden. Die Mission Master SP Komplexfamilie umfasst auch ein selbstfahrendes Raketenabwehrsystem zur Feuerunterstützung von Bodeneinheiten. Die Modifikation des RTK Mission Master SP Fire Support zeigte Feuerfähigkeiten. Diese Variante des Roboterschasses ist mit Rheinmetall Field Ranger Multiträgerraketen ausgestattet und trägt halbaktive Lasergelenkte 70 mm Lenkflugkörper vom Typ Thales FZ-275. Der Komplex wurde von einem Bediener von einer Fernbedienung ausgesteuert. Alle grundlegenden Operationen können automatisch ausgeführt werden, aber die Entscheidung, das Feuer zu eröffnen, wird von einer Person getroffen. Das Projekt Mission Master SP sieht die Schaffung einer Familie von RTKS mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Lösung einer Vielzahl von Aufgaben vor. Die Basis einer solchen Familie ist ein universelles Fahrgestell, das verschiedene Arten von Nutzlasten mit allen vorgesehenen Funktionen tragen kann. Verschiedene RTK-Familien müssen unabhängig voneinander oder in einer Gruppe, autonom oder unter der Kontrolle eines Bedieners arbeiten. Das Fahrgestell Mission Master SP, Silent Partner, ist ein kompakter Vierachser mit einer Nutzlast von 600 kg und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km pro Stunde. Eigenständiges Arbeiten oder Ausführen von Bedienerbefehlen übernimmt der fortschrittliche Rheinmetall Pass Autopilot. Es hat auch eine Pilotmanagement-Funktion. Durch austauschbare Ausrüstung kann Mission Master SP eine Vielzahl von Kampf- und Hilfsaufgaben lösen. Am einfachsten ist der Warentransport. Die Cargomodifikation sieht die Platzierung der Ladung auf dem Dach des Rumpfes und auf den Seitenrahmen vor. Das RTK ist in der Lage, Munition und Ausrüstung zu transportieren. Mit einem speziellen Frachtmodul kann der RTK bettlägerige Verbundete transportieren. Eine Aufklärungsversion des RTK wurde ebenfalls entwickelt. Sie bekommt einen Aufbau mit einem optisch-elektronischen System auf einem Teleskopmast. Das Signal wird in Echtzeit an die Bedienerkonsole übertragen. Eine weitere Modifikation erhält einen Funksender zur Kommunikation und oder Signalweitergabe. Es werden mehrere Optionen für Kampfausrüstung angeboten. Zunächst einmal kann der Mission Master SP ein Kampfmodul mit Optik und ein Maschinengewehr mit normalem oder großem Kalibertragen. Diese Version des RTK gilt als leichtes Kampfaufklärungsfahrzeug. Die Feuerunterstützungsvariante des Komplexes erhält zwei Vieldranger-Multiwerfer, von denen jeder sieben Raketen des Kalibers 70 mm trägt. Zunächst ist der Einsatz von Lenkwaffen vorgesehen. Bis heute hat Rheinmetall Kanada ein einfaches Roboter-Chassis und eine Reihe von Optionen für seine Zielausrüstung entwickelt. Mehrere Modifikationen des Mission Master SP wurden getestet und haben bereits ihre Leistungsfähigkeit gezeigt. Basierend auf den Ergebnissen aller aktuellen und zukünftigen Tests wird die britische Armee Schlussfolgerungen ziehen und Pläne für die weitere Anschaffung und Implementierung von Kampf- und Hilfsrobotern erstellen. Gut möglich, dass die Mission Master SP Produkte von Rheinmetall bei solchen Plänen den Hauptplatz einnehmen. Offensichtlich werden das britische RPV-Programm und seine Ergebnisse auch für andere Länder von Interesse sein. Wenn es mit positiven Ergebnissen endet, werden der Mission Master SP und andere ähnliche RTKS erhöhte Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden erhalten. Es ist wahrscheinlich, dass Rheinmetall dies versteht und seine Ausrüstung daher bereits ausländischen Spezialisten zeigt, in der Hoffnung, Aufträge zu erhalten. Ob solche Erwartungen gerechtfertigt sind, wird die Zeit zeigen. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende geschaut haben. Bis zu unserem nächsten Bewertungsvideo. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.